herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp dem letzten in dieser handelswoche ich hatte es heute morgen im dax check schon angekündigt puma ist on fire die sportartikelbranche in der summe ist sehr gut unterwegs gestern schon mal ein seltener kursanstieg von zehn prozent eigentlich ohne große meldung es gab ein paar analysten kommentare ja aber auch die waren jetzt nicht so dass man völlig durchdrehen müsste aber die aktie eben stark unterwegs und ja heute die nächsten kommentare unter anderem die societe general ich hatte es gesagt und ja die aktie zieht weiter und steht kurz davor ein neues starkes kaufsignal zu generieren indem wir den gt 200 wieder zurück erobern noch mal hier dieser abwärts trend ist geknackt wenn es heute über dieser marke schließen sollte dann wird das schon mal sehr positiv und natürlich die 200 tage linie wenn wir überwinden sollten dann ist der weg frei hier in den bereich 65 euro und dann hier geht es weiter in den bereich 60 euro deswegen haben wir uns trotz des starken anstiegs gestern für ein faktor zertifikat entschieden ein puma faktor lang unseres partners margen stanley mb6 peb 1684 ist der aktuelle kurs faktor 3 stopp kurs würde ich jetzt einfach mal bei 15 euro platzieren gestern micro strategy leicht im minus 1 prozent also die der rückenwind konnte nicht ja nachvollziehen oder nicht ausgebaut werden oder genutzt werden und wir sind jetzt hier an dieser marke dran wichtig wäre natürlich hier das hoch zu überwinden wir bleiben dabei bitcoin durch den durch die ankündigung von blackrock hier einen bitcoin spot etf bei der SEC zu genehmigen dann diese diese nachricht hat den bitcoin beflügeln und dürfte auch micro strategy weiter beflügeln deswegen wir sind zwar leichte minus aber da würde ich mal noch die füße still halten und nichts an der position ändern das war es von mir ich wünsche ihnen gute kurse schönes wochenende und am montag geht es weiter mit dem nächsten trading tipp bis dahin machen sie es gut